Straße durch den Kleingraben Tiefschneevariante über Brücklein Untertitelung des ZDF, 2020 Blick auf den Roßbachkugel Untertitelung des ZDF, 2020 Die erste Furt Die zweite Furt Fahrt auf den Kleinarmsattel Okay. Okay. Wallfahrtskirche Maria Schnee auf der Kleinalm. Nach links ginge die Wanderung auf den Speikkogel, nach rechts auf den Rosbachkogel. Das Kleinalm-Schutzhaus. Abstieg Überholweg. Abstieg. Okay. Das Kleinalm-Schutzhaus. Beim Abstieg währen wir die Vorstraße zum Abkürzer. So. 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 Schließlich münden wir wieder in die Vorstraße. Schließlich münden wir wieder in die Vorstraße. Schließlich münden wir wieder in die Vorstraße.